Herzlich Willkommen zum Jugendpolitik-Tag 2015 in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Demokratie braucht Demokraten. Was bedeutet denn für dich eigentlich Demokratie? Also ich glaube Demokratie bedeutet, dass jeder sozusagen seine Politik mitentscheiden kann. Das heißt, dass man sich einbringt, seine eigene Meinung auch mal irgendwie hervorbringt und so, dass man auch aktiv die Politik mitgestalten kann. Ich denke mal Gleichberechtigung und Gerechtigkeit und dass man sich an Regeln hält, ist das, was letztendlich so der Rahmen ist für eine Demokratie. Und das ist für mich hauptsächlich Demokratie. Demokratie bedeutet für mich vor allen Dingen verschiedene Meinungen, die jeder Mensch hat, zu einer Lösung zusammenzubringen, damit es die Gesellschaft weiterbringt und ja, dass jeder sich repräsentiert fühlt. So, dann komm, du musst noch weiterholen. Bitte mich auch fotografieren. Das sind keine Fotos, das ist ein Video. Was, noch eine? Oh, das ist ja gut. Da ist doch eine. Jetzt beide hochschmecken. Schau mal. Eins. Welbesäule. Schulter. Hüfte. Ja, danke schön. Und jetzt aufgepasst. Wie baut man das auf? Hier, gucken. Hier. Eins. Oberkörper. Hals. Schulter. Ja. Ja. Wo ist denn der Theaterworkshop? Der ist hier im Forum. Ah. Ja, okay. Perfekt. Danke. Leute, es fängt an. Ich habe wieder... Nee, aber weißt du noch, ich habe ihn gerade nicht eingesetzt. Jassi, ich mache Video, ne? Ihr wisst jetzt, wie Scheiße es sich anfühlt, wenn man so behandelt wird. So wie er die ganze Zeit. Und genauso du und du. Wir wollen doch eigentlich alle nur gleich behandelt werden. Wir möchten alle gerecht behandelt werden. Aber auch wirklich jeder, der einen Text hat, kann ja auf die Bühne gehen. Und es ist ja auch ein öffentlicher Raum, den wir als Slammer in den Veranstaltungen schaffen. Und wenn du jetzt beispielsweise so etwas zur Homo-Ehe hast, einen Text oder irgendeine Satire oder Ironie, du kannst ja auf die Bühne gehen und die machen. Und die kann in noch so einer Schärfe sein, du kannst es durchziehen. Wenn du den Satz vervollständigen müsstest, Demokratie braucht, wie würdest du das machen? Oh ja, das ist ja gerade überall in den Medien von wegen, Jugend will nichts machen. Aber ich denke, das, was letztendlich die Basis ist, auch für die Zukunft, ist eine politikinteressierte Jugend, die sich engagieren wollen und dafür auch was aufgeben würde. Demokratie braucht vor allen Dingen engagierte Menschen, die sich für die Demokratie einsetzen und für das, was sie steht. Und Toleranz. Ich würde sagen, Demokratie braucht dich. Skipper, das bist du. Wir können ja auch mal tauschen. Ich kann ja auch mal die Kamera machen. Scheiße. Wir können ja vielleicht auch so einen Aufnahm machen, dass du es mir so vorstellst hier. Hi, ich bin echt gut. Ja. Genau, also wir befinden... Okay, kannst du einfach... Okay, gut, nochmal. Okay, läuft die Kamera? Ja, die Kamera. Jan, einfach... Ne? Okay. 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 Herzlich willkommen zum Jugend... Nein, okay, ne? Okay. Okay, nochmal. Sehr schön. Ich fass. Ich fass. Ich fass. Vielen Dank.